Hallo und herzlich willkommen auf meinem GIMP Kanal. Mein Name ist Michael. Ich habe ja jetzt eine Pause gemacht und in der Pause hatte ich genug Zeit, ein bisschen zu überlegen und nachzudenken. Und ja, als allererstes möchte ich mal sagen, herzlichen Dank dafür, dass ihr alle hier da seid und meine Videos anschaut und sie bewertet. Ohne euch wäre natürlich der Kanal gar nichts hier und wäre überhaupt nicht bekannt und meine Arbeit sozusagen würde verpuffen. Und ihr macht praktisch den Kanal zu dem, was er ist. Und dafür möchte ich mich nochmal herzlich bedanken, bei euch allen Abonnentinnen und Abonnenten und allen anderen Zuschauerinnen und Zuschauern. Ja, in dieser Woche ist der Entschluss gereift, noch ein bisschen was über mich zu sagen. Ich bin also 56 Jahre alt und ich habe viele Jahre mit GIMP überhaupt nichts anfangen können. Ich habe also da gesessen und jedes Mal, wenn ich dieses GIMP aufgemacht habe oder geöffnet habe, dieses Programm gestartet habe, habe ich es vor Schreck schnell wieder zugemacht, weil ich einfach damit nichts anfangen konnte. Und irgendwann war eben der Tag, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das mal. Ich habe dann mal ein Bild gemacht, so für mich und bearbeitet. Und habe dann vor einiger Zeit, vor drei, vier Jahren zurück, auf YouTube einen Kanal eröffnet, der hieß My GIMP Channel. Und dort habe ich GIMP 2.8 Tutorials gemacht und habe den Kanal aus eigenem Verschulden verloren. Den Kanal gibt es noch, aber ich habe keinen Zugriff mehr darauf. Und ja, als es eben dann dieses GIMP 2.9, die Entwicklerversion, das erste Mal herausgekommen ist, habe ich gedacht, okay, ich versuche das nochmal, einen Tutorialkanal zu machen, einfach, um euch auch an dem teilhaben lassen zu können, was ich tue. Und ja, dann hat sich das eben so angeboten, direkt vor fast zwei Jahren, am 6.04.2016 wird der Kanal zwei Jahre alt. Und das erste Tutorial habe ich hochgeladen am 18.06.2014. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren. Auf alle Fälle, ja, habe ich dann eben mit GIMP 2.9 direkt angefangen, mit der Entwicklerversion, die eben auf GIMP 2.10 geht. Und natürlich ist bei dieser Version eben einfach so, dass es da keine Skripte gibt, ja, und keine Filter, außer Gubic. Ansonsten hat man nur die portinternen Mittel. Und ich habe dann einfach angefangen, Photoshop-Tutorials nachzubauen oder sie umzuswitchen, sozusagen, auf GIMP. Ähm, ja, und da habe ich eben einfach viel Erfahrungen machen können, positive wie negative Erfahrungen machen können und habe immer wieder versucht, über meine eigene Vorstellung, über mein Denken, über, ja, eben Ideen, diese Photoshop-Tutorials umzusetzen, eben für GIMP 2.9. Und ja, und so ist eben dieser Kanal auch dann eben entstanden und ich bin eben die ganze Zeit dabei geblieben. Und ich habe ja immer mit englischen oder US-amerikanischen Überschriften gearbeitet und auch mit der Sprache. Und ich habe mich jetzt in der Zeit entschlossen, eben nur noch mit Deutsch weiterzumachen, mit deutschen Überschriften und auch mit der deutschen Spracheinstellung in GIMP 2.9. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Ja, wie gesagt, ich habe mir das alles selbst beigebracht. Ich habe keinen Lehrer, ich habe keine Grafikdesign oder irgendwas studiert oder mir hat irgendjemand geholfen. Nein, im Gegenteil, ich habe mir alles selbst beigebracht, abgeschaut und probiert und ebenso ist der Kanal dann dementsprechend entstanden und jetzt geht der Kanal auf die 350.000 Aufrufe zu und das ist ein sehr schönes Gefühl. Gut, ähm, ich werde natürlich nicht mehr allzu viele Videos, also so jeden Tag oder jeden zweiten Tag ein Tutorial hochladen, das ist mir einfach zu viel. Äh, es ist auch jetzt ein bisschen spät geworden für dieses Tutorial, weil ich das jetzt, sagen wir mal, spät hochlade, aber ich habe gerade die Lust dazu gehabt, darüber nochmal kurz zu sprechen und anzukündigen einfach, dass ich eben in der Woche jetzt vielleicht ein oder zwei Tutorials nur noch mache. Und, ähm, ich hoffe, ihr bleibt mir dennoch gewogen und haut mich ab, ja. Wenn es nur noch zwei, äh, Tutorials in der Woche gibt und wie gesagt nochmal herzlichen Dank dafür, dass ihr alle da seid und meine Videos auch dann zu schätzen wisst. Und ohne euch, wie gesagt, wäre der Kanal hier gar nichts. Gut, ich mache jetzt hier einfach einen ganz einfachen Spielzeugeffekt oder deute den an oder so einen Miniatur-Effekt und den können wir erreichen, ähm, durch Weichzeichner oder Weichzeichnungen, sozusagen verschiedenster Art, zum Beispiel hier über diese lineare Bewegungsunschärfe beispielsweise. Und ich werde jetzt hier die Ebene einmal duplizieren, schalte die untere Ebene aus und werde hier unten über diesen Schalter die Schnellmaske aktivieren. Nehmen wir hier den Radierer, wo ist er denn hier, nehmen wir einen, einen 0,25er Pinselspitze, mache die relativ groß, noch ein bisschen größer und werde jetzt erst einmal hier so, naja, das ist ein bisschen groß, man sieht, da muss da ganz schön arbeiten, der Rechner, machen wir das ein bisschen kleiner und dann werde ich das hier, ähm, dementsprechend freistellen, noch ein bisschen hier. Ja, es dauert jetzt halt einen kleinen Moment, gut, ist nichts zu machen, ähm, durch das Mitlaufen des Screencasters muss er hier sich natürlich ganz schön strecken, obwohl das hier ein i5 ist und eine gute Grafikkarte drin ist, aber, ähm, ich habe mich ja damals auch entschlossen auf 16-Bit zu arbeiten, auch wenn mich dafür einige kritisiert haben, aber es gibt mir halt einfach ein gutes Gefühl und, jo, okay, also jetzt habe ich hier das freigestellt, jetzt schauen wir mal, indem wir hier die Schnellmaske deaktivieren, ob wir hier noch marschierende Ameisen drin haben, dann gehen wir auf Auswahl, ausblenden, ich lasse hier die 5 stehen, die 5 Pixel, steht hier mit OK und nehme jetzt hier einfach bei Filter, Weichzeichnen, Bewegungsunschärfe, Linear und jetzt kann man sagen, ja, ich kann das länger machen, ja, ähm, muss man aber nicht, man kann es zurücksetzen, kann einfach diese Geschichte hier andeutungsweise so lassen, vielleicht, ach, gehe ich doch auf 20, ja, und bestätige hier mal mit OK und gehe hin, Auswahl, also Auswahl, nichts, so, jetzt brauchen wir wieder die Schnellmaske, weil wir wieder mit dem Radierer arbeiten wollen und dann gehe ich mal hier einfach hin, über die Schienen, über die Gleise hier, und, ja, mach das mal so, werde hier auch wieder die Schnellmaske deaktivieren, gehe auf Auswahl, ausblenden, lasse die 5 Pixel wieder stehen, gehe auf Filter, Weichzeichnen, hier und wieder Bewegungsunschärfe, Linear und jetzt könnte ich das auch so stehen lassen, ich kann auch, äh, die Richtung hier dementsprechend ändern und probieren wir es einfach mal so aus und schauen mal, wie es aussieht, ne, also einfach immer wieder nach vorne tasten, ich würde sagen, das machen wir so nicht, so gängig, Filter, Weichzeichnen, ähm, Bewegungsunschärfe, Linear und ich lasse es einfach so stehen, äh, indem ich das wieder zurücksetze und lasse es so stehen, Auswahl, nichts, hier, bei, auf dieser Seite mache ich in etwa das gleiche, also auch wieder hier mit der Schnellmaske arbeiten, dann einfach den Radierer nehmen und hier mit diesem weichen Pinsel hier entlang fahren und hier auch dementsprechend vielleicht noch ein bisschen kleiner machen, nicht allzu viel, hier habe ich ein bisschen viel weggenommen, da gehen wir einfach hin, das ist das Schöne bei der Schnellmaske, drehen die Farben um, also weiß nach vorne, dann kann man sich hier das, was man zu viel rausgenommen hat, wieder zurückholen, na, und deswegen arbeite ich dann gerne hier in solchen Fällen mit der Schnellmaske, okay, so, können wir mal so lassen, ja, äh, die Schnellmaske jetzt wieder deaktivieren, dann gehen wir wieder auf Filter, Weichzeichnen, jetzt können wir mal den selektiven Gauschen, Weichzeichnen, wenn wir wollen, sieht auch ganz nett aus und bestätigen hier mit OK, Auswahl, nichts, hier machen wir das gleiche, also wieder hier, ähm, die Schnellmaske zuschalten, den Radierer nehmen und hier dementsprechend entlang fahren, machen wir ein bisschen größer hier, so vielleicht, ja, so, hier auch, ein bisschen, hier diesen Weg mitnehmen, vielleicht so, ein bisschen und auch hier dementsprechend so ein bisschen rausnehmen, hier ein bisschen kleiner machen, das war noch zu wenig, zu klein, so ein bisschen noch hier, so entlang, und jetzt werden wir mal hier auch die Schnellmaske wieder deaktivieren, Auswahl, ausblenden, und dann gehen wir wieder auf Filter, verbessern, beziehungsweise Weichzeichnen und wieder auf diesen selektiven Weichzeichner und bestätigen mit OK, Auswahl, nichts, und nun zum letzten Mal hier, wenn wir hier nochmal die Schnellmaske aktivieren, nehmen hier unseren Radierer, machen eben den Pinsel wieder dementsprechend groß und werden jetzt hier auch so ein bisschen entlang arbeiten, und schauen wir mal, was wir hier für einen Filter nehmen, was für einen Weichzeichner, vielleicht so, dementsprechend, ähm, Schnellmaske deaktivieren, ich lasse es einfach mal so, Auswahl, ausblenden, und hier wieder 5 Pixel nehmen, Filter, und jetzt probieren wir einfach mal einen aus, äh, beispielsweise hier mit kreisförmig, das wird natürlich nichts, das ist klar, Filter, Weichzeichnen, Bewegungsunschärfe, Linear, lassen wir das einfach so, sieht gut aus, Auswahl, also auf OK, Auswahl, nichts. Und jetzt werde ich noch zum allerletzten Mal, ähm, ja, den, die Schnellmaske aktivieren, wenn es geht, und werde hier diesen Prellbock, oder was das ist, oder dieses Signal, dementsprechend, freistellen, auch hier wieder so, und ich runter, hier entlang, und, ja, also das Bild findet ihr in der Beschreibung des Videos, den Link, damit ihr das so nachbauen könnt, ihr könnt natürlich jedes x-beliebige Motiv, das euch gefällt, für diese Geschichte nehmen, ich würde mal sagen, ich, mach das mal noch hier so ein bisschen entlang, so, und, ein bisschen hier noch, das jetzt hier einfach so heraus, und werde jetzt mal hier deaktivieren, und werde jetzt hier über Filter, verbissern, unscharf maskieren, das noch ein bisschen nach vorne bringen, Auswahl, nichts, so. Und das wäre mein Vorschlag für so einen Miniatur-Effekt, ja, ähm, ja, Spielzeug-Effekt, wie man das auch immer nennen möchte. Ich hoffe, ähm, ja, mein Tutorial hat euch gefallen, wenn es euch Freude gemacht hat, schreibt mir doch einen Kommentar, gebt mir bitte einen Daumen nach oben, für die neuen Menschen, die hergekommen sind, bitte lasst mir doch ein Abo da, und nochmal vielen, vielen Dank für eure Treue, ja, und, dass ihr mir gewogen bleibt, und ich habe ja ein bisschen jetzt über mich gesprochen, und ich freue mich sehr darüber, dass ihr alle da seid, ihr seid ganz wichtig für mich, und, herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal.